Mal schauen Auf jeden Fall das ist ein bisschen älter Also hoffe ich mal nicht Also auch für YouTube Wir reagieren jetzt auf Metallica Enter Sandman Bin gespannt Wir sind hier live im Stream Bin ja mal gespannt das erste Mal Metallica Also wirklich Serum 114 Auch noch nie gehört Okay Mal schauen Wenn wir uns auch noch anschauen Die haben auch Eine große Follower-Schaft habe ich gesehen Yo Artikel wie C Können wir auch machen Packen wir auch glaube ich schonmal War gar nicht so schlecht Das ist so schnell Ich glaube Ich habe auch noch nie gehört Yo, ist aber gar nicht scheiße. Kategorie C ist, glaube ich, verboten. Das sind Hooligans. Ja, das stimmt. Das sind Hooligans. Aber ich weiß es nicht, ob die verboten sind. Hatten wir auch letztes Mal im Stream. Was ich auch nicht so scheiße fand, das Lied. Freie wie ein Vogel. Das war gar nicht so scheiße, das Lied. Das könnte man ruhig machen. Bin ich mir nicht sicher, Niklas. Aber das Lied an sich war nein. Boah, aber der Gesandte fällt noch um die Gitarre. Man, die ist langgezogen. Man, die ist langgezogen. Das kam ja auch 2012 raus, wie ich schon gesehen habe. Aber an sich sieht das Musikvideo, man sieht natürlich, dass es von 2012 ist. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Und Klatsch. Das war's. Jetzt klingt das auch wieder komplett anders. Das ist krass. Ich habe jetzt schon ein Ohrworn. Renn Homie, renn! Das Video sieht schon krank aus. Das Video sieht schon gestört aus. Da kommt man gar nicht zurecht. Wie lange ging das jetzt? Fünf Minuten und da war halt sehr viel Abwechslung drin. Das erste Mal Metallica. Das erste Mal gehört hat mir eigentlich recht gut gefallen. Es gibt natürlich noch viel mehr Lieder, die man sich auch noch reinziehen muss. Aber das war auf jeden Fall die allererste Metallica Reaction. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv. Leute, kann man sich auf jeden Fall geben. Also wirklich, ich bin auch Metallica Fan. Also wie schon gesagt, Metallica habe ich davor noch nie gehört. Also vom Namen her schon, aber an sich die Musik nie gehört. Aber für den ersten Eindruck ist es auf jeden Fall schon mal positiv. Ich werde auf jeden Fall weiter schauen, dass wir das machen. Für die Leute auf YouTube, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ein Abo würde mich freuen. Schaut gerne im Stream vorbei. Wir streamen hier mit ein paar Leuten zusammen. Ist auf jeden Fall mega nice. Jeden Samstag. Und wir sehen uns Leute. Hau da rein.